und damit herzlich willkommen zu let's play studio valley es ist verdammt lang her dass ich aufgenommen habe ich hoffe das funktioniert so mit dem aufnahmeprogramm faszinierter weise ich habe bin vom laptop jetzt umgestiegen auf meinen großen rechner ich hoffe das läuft alles mit der hallo kleiner das läuft also mit der aufnahme wie konnte ich den schnell laufen habe ich vergessen das ist langsam laufen und war das ist schnell laufen halt manche stimmte was nicht deutsch danke auch mal gleich noch mal ach stimmt da stand vor ich habe es gar nicht mitgekriegt war die katze gerade davor konnte ich nicht entschuldigung soll ich noch mal moderieren ich glaube fast nicht solche peinlichkeiten gehören halt einfach zum aufnehmen dazu wie war ja 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 wer ist das passt im rot y umschalt funktioniert nicht hallo interessant das muss mit dem ach laufen ich verstehe weil er gehen mein kind hat ab erstmal kurz im wetter bricht schauen okay das ist gar kein problem etwas genervt das ist okay und das leben vom land und in dem sich alles wiederholt aber ich will es mir trotzdem anschauen ja klar wusste dass meine schwester prismatische scherbe nicht mag sie sind total abscheulich ja sie ist die einzige glaube ich was haben wir denn alles ich werde übrigens wenn ich das hier durch habe endlich die versprochene sache machen mit dem zeigen wie ich das haus eingerichtet habe aber ist jetzt los und morgen nicht ja was für schön tag oder als kleinbesitzer höre ich von allem was ich in der stadt vor sich geht ich erinnere mich als du damals hergekommen bist jeder war sich ein wenig unsicher was ihn erwartet ein fremder aus der stadt eine unbekannte persönlichkeit eine sekunde die makaroni waren lecker sorry ich muss diesen topf alle fünf minuten umrühren wie auch immer was habe ich gesagt ach ja ich weißt du es ist weißt du es ist wie wenn man eine soße macht ach so und wenn ein neues gewürzchen zu wüchsen ich ja kannst du alles ruinieren oder in flammen aufgehen lassen aber andererseits gibt es immer eine chance dass du etwas neues und köstliche kriegst richtig was ich versuche zu sagen ist es ist toll die ja nicht in der stadt zu haben und ich betrachte ich als einen meiner guten freunde nicht ja wie auch immer ich bin gekommen um dir etwas zu geben ich habe das im hinterzimmer aufgeräumt und diese alte mini schubboxen und ich will dass du sie bekommst cool danke eine mini schubbox erhalten es ist eigentlich ein altes du dir selbst projekt von rührer sich ziemlich einfach zu machen also nur für den fall dass es desto mehr machen willst habe ich die blau hast wirklich mitgebracht nun ich werde nach hause gehen ich muss meine marinara wieder auf den herd bringen ich wünsche einen schönen tag hast du dich dann kann ich die besoffen das machen hier ging nix okay so wir waren das ja man lernt doch nicht alles die mini schubbox wo könnten die hinpassen kann ich mein haus ja gleich noch mal aufwerten also das brauchen sie jetzt wirklich nicht dafür sind sie noch zu klein gefällt mir alles so nicht ich kann es leider nicht drehen hier dann kann ich beim kochen musik hören das passt damit kann ich tatsächlich ganz gut leben so das sieht aus dass wir das ernten können kann ich aber nicht warum kann ich das nicht ich weiß gar nicht was ich alles angebaut habe es ist ein bisschen her okay hier ist alles nicht einfach hier unten die bäume allerdings schon ich werde nächstes jahr bringen die wahrscheinlich goldene qualität jedes jahr scheint die sich zu steigern habe ich das gefühl ach ja das sind meine ganzen blitz ableite ich gebaut habe für schlechte zeiten hoffnung dass da irgendwann mal was einschlägt was mir was bringt die köder habe ich ja auch noch massig damit kann ich ja wieder zur zum strand gehen also wenn es zeitlich hinhaut werde ich immer zwei tage zusammenfassen damit dieses display vorüberbringen es ist nicht mehr viel zu tun und und deshalb wenn übrigens noch jemand lust hat hier mal einzusteigen kurzzeitig für ein paar folgen immer her so da kann es nach wachsen der zeit ja hat gut geklappt so wie ich meine augen juckt noch ein schleim ist ich muss eigentlich eigentlich muss ich jetzt alles hier rechts reinpacken aber ist auch egal schön die schleime bewässern so wie sich das gehört kann die anderthalb stunden diesmal wahrscheinlich nicht voll machen das hat aber andere gründe also ich kann jetzt maximal nur anderthalb stunde aufnehmen mit diesem programm ich hätte ich wirklich einen test machen soll ob es klappt dann schauen wir mal ich weiß gar nicht mehr was ich hier wo überall hatte ach da war es bloß du das nahm ich vergessen habe lecky christus es reicht bis das spiel vorbei ist sollte es reichen das war ja nein schauen machen wir doch wieder die gute schatten mayonaise und die gute enten mayonaise irgendwie eklig du bist ein gutes trüffelschwein ach ja der mich alle um geswitcht das habe ich alles total vergessen wie sie zeit vergeht und es ist auch nicht mehr viel es ist nur noch eine frage der zeit bis dieses lp dem ende zu geht ich muss kurz was verkaufen das ist vielleicht ein bisschen viel weil die trüffel werden sich lohnen die eier können weg und dann gibt es wieder ganz lecker käse und jetzt gibt es die leckere ziegenmilch haus zum glück nicht mehr und gelie ist fertig was waren das sterngelee wollte frucht da genau stimmt die hat ja die konnte ich ja wappelig her zu bereiten da oben die queen auf einem arm liegt meine queenie ach verkaufen doch der trüffel war der krise nicht recht entsinne machen wir noch mehr wappelig wappeliges zeug das schöne ist die kann ich nicht aus Versehen essen deshalb glaube ich da auch nicht gefahr sie haben zu essen so damit haben wir den tag eigentlich schon soweit wieder rum gebracht gibt nur noch ein was wichtiges zu tun jetzt mal schauen ich bereue es immer noch nicht dass ich da früchte reingenommen habe und zwar muss ich pelikan statt und hier oben abklappern wegen artefakten ansonsten mag uns denn jemand nicht Emily mag uns grad weniger warum auch immer ach und Lena natürlich hey wie geht's denn so alter man gehst du zum meer weg der vogel ich hoffe die höhen sind weiter kunden sieht ein paar geheimnisse ich habe vergessen wie ich die leute gesprochen habe alte puppe die ich nicht gebrauchen kann ach demetrius wie geht sie denn sie jetzt hat mich hören linken pilze prähistorischer schädel da ist sebastian aber den prähistorischen schädel hat man auch schon bei einigen leuten weiß ich noch wie ich es gesprochen habe bei vielen aber nicht mehr muss ja auch wieder zum hier war ich auch schon lange nicht mehr warum eigentlich nicht ok ein paar Minerale das jade das jade genau das gute kupfer was man absolut nicht viel bringt das war nach zeiten als ich noch viel zu tun hatte oder ich wusste teilweise ich gar nicht wo ich anfangen sollte und jetzt ist es nur noch abfahren von irgendwelchen speziellen sachen in der hoffen dass ich auch was spezielles kriege moment die höhle kann ich mich nicht erinnern ach das schädel ist das denn da kann man ja gar nichts tun ganz vergessen wozu bin ich hier okay immer wenn man denkt man findet nichts mehr findet man was neues geht der schaden das ist voll strange sie doch nicht alles müsste ich hier wegen nach unten finden ok die können steine geben und diamanten das ist eindeutig irgendeine profi höhle ich habe das ding noch nie gesehen ich glaube dass ich kann mich auch nicht an den update erinnern ich habe jetzt halt einfach sah die welle hier drauf geladen interessanterweise war auch mal ein spielstand von der anderen seite mit dabei von der anderen seite vom anderen vom laptop das ist ja noch was in der abenteuer gilde gibt das ist voll komisch ok das war mein fehler toten kopf goldene sense du hältst goldene sense was ok das überrascht mich jetzt echt ok fällt mir gerade ein es gibt ja ein zeitlimit manchmal gibt es etwas neues bei der abenteuer gilde mumien fehlen noch und irgendwas fremdes ok ich muss vielleicht doch mal die große in die große mine mumien muss ich jetzt auch töten das ist interessant oh ne asselnuss ein bisschen platz habe ich noch oh ne asseln oh ne asseln ich habe das doch schon ich habe aber die errungenschaft freigeschaltet dass ich alles geschafft hatte ich erinnere mich da links irgendwo was sieht nicht so aus und ich hier vielleicht noch irgendwo ein paar ich habe vier prozent chance dass ich hier so eine blöde am vore bekomme aber ich kriege keine im gegenteil ich kriege überhaupt nichts mehr heute nach ja dieser blöde joja markt könnt ihr all die sachen auch freischalten ihr müsst halt nur mit geld arbeiten und nicht mit gegenständen da gab es auch genau naja ich bin wieder zu fett ich gehe trotzdem mal an den strand weil da hole ich ja immer das zeug aber wenn ich mich recht entsinne hier gibt es halt irgendwie gar nichts goldene sense genau genau habe ich erscheint das alles gesammelt vor kurzem weg da mein strand und jetzt ist mitten in der nacht 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 und das heißt ich muss mir irgendwann mal einen tag nehmen an dem ich wirklich rüber gehe das ich 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 keine ahnung ich 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 nicht allzu gut aber ich werde das beste was machen wie immer lasst uns an die arbeit gehen kleiner keine ahnung wie mein horoskop heute für den tag ist ist mir fast schon egal die sind ehemal so allgemein gehalten meine katze ist angepasst ach genau ich weiß es wieder was hältst du von dem fußboden die ausgesucht habe ich hier nicht die wohnung gemacht ich erinnere mich nicht dass sie irgendwas verändert ist im kürbis gesammelt okay wie gesagt es wird es wird nichts mehr angebaut juni musik ganz nett aber nichts was ich jetzt zwangsläufig bräuchte wenn man mit der mod arbeitet das ist auch was drauf wenn wir mit der mit dem truck mit der traktor arbeitet kommt man glaube ich effizienter man brauche eigentlich die dinger nicht man kann auch regentotems nutzen dass es immer regnet okay das sieht gut aus was auch immer ich sagen gepflanzt hat sieht komisch aus aber ist ja auch egal aber wir können weiß ernten wie es aussieht einmal wenigstens ne da geht noch mehr sehr schön dann wird das nämlich das was kriegen das jetzt anscheinend treffe ich damit alles in dieser normalen sense ja tatsächlich damit normalen sense trifft man nicht immer hundertprozentig alles da haben wir ja gesehen bleibt manchmal stehen ganz nett aber nix was ich bräuchte ich habe ja schon immer schon immer gefragt warum man die sense nicht auflöfeln kann in harvest moon ging es ja der krecken hat übrigens mitgeteilt dass er 7 days to die jetzt bis 19 uhr von blutmond gespielt hat ist immer wieder sehr nett die steckrüben kann man einfach verkaufen fritzchen was der fritzchen oder ja ich bin gut ja da freut ihr euch nein nein du sollst das da reinschmeißen klappt das jetzt plötzlich doch wieso klappt das mit einmal gestern muss ich doch auch noch auflesen und was das ist auch neu als es muss ein update gegeben haben anders kann ich mir nicht erklären ich hätte nicht gedacht das spiel wächst doch noch langsam aber es wächst nix zu ernten ja ja pullover schwein genau nein trochee nein schön stimmt ich bin falsch zurück gelaufen fällt mir gerade so ein egal das hat sich ja gelohnt kriegt man wieder verfeinerten quarts wir nehmen das mit das nur um sicher zu gehen nehme ich das tatsächlich mit jetzt schauen wir eigentlich nur noch nach den sachen hier ich muss auch ich könnte auch ein paar bomben kaufen wo habe ich die hergekriege vergessen irgendwo konnte ich bomben kaufen ich hoffe dass jetzt auch noch neue sachen zu finden gibt das ja natürlich echt scheiße für mich es ist irgendwie schön immer wieder durchzuhalten die bilder die habe ich auch nur der freundlichkeit halber zur freundin für die errungenschaft das war doch glaube ich eine errungenschaft nicht recht entsinne weil leiden kann ich überhaupt nicht ich verstehe es halt echt nicht dass einige leute die als partnerin wollen das ist für mich persönlich unbegreiflich weil die ist einfach nur scheiße zu einem und das ist aus meiner sicht echt schon in den ausschlusskriterium hat man schon glaube ich kupfermülleimer okay ich komme wieder das ist neu lohnung abholen die sind auch neu dreifacher espresso magische magische bonbon ein seltenes kraftflösspunkt es wird es jetzt ist los matischen spikers angereichert ist das ist auch neu ich will den kupfermülleimer unbedingt wir machen wir gleich das bonbon werde ich wahrscheinlich gar nicht benutzen weil bringt mir jetzt eigentlich nichts ich bin soweit schon voll so hier muss ich aber trotzdem noch mal schauen bloß die beschissene saat der ich nichts anfangen kann briefe auch nicht keine sau interessiert ist für mich keiner ruft mich an keine sau interessiert sich für mich nur die saat kann damit rein wir gucken mal was das bringt im verkauf der restliche espresso kommt natürlich in mein haus ich bin nicht der kaffeetrinker ich bin wer der energy drink trinker das habe ich auch schon mal erwähnt es gibt neue rezepte er verarscht mich doch da muss ich dann bei der nächsten aufnahme mal schauen vielleicht nicht hier kupfer barren finde ich aber ich glaube nicht die sachen dann frage ich mich aber was kriege ich denn dann wenn ich die sachen entsorge kriege ich dann geld oder 15 prozent das wäre das ist immer noch gut wenn ich so entsorge ich war am anfang eine menge geld machen können klin schließe nicht kann ich jetzt ok ich kann trotzdem auch sachen entsorgen interessant das ist ein bisschen merkwürdig aber was soll's nicht natürlich herausfinden was das bringt macht ja auch sinn oder vielleicht auch nicht ich weiß nicht muss jetzt herausfinden was für rezepte mir noch fehlen vor allem sind auch ein paar rezepte jetzt mittendrin entstanden was ich auch sehr komisch finde ach komm wenn ich doch noch fertig gemacht habe ich gesagt okay gut gut fertig und nie wieder dran gedacht aber jetzt dich natürlich auch diese rezepte wissen und kriege ich bei der hut mache maus jetzt auch noch kleidung muss ich gleich noch vorbeischauen warum mache ich das hier eigentlich noch könnte es auch eigentlich sein lassen wenn ich ehrlich bin weil das hier bringt mir nichts aber gehe ich morgen lieber in die mina schauen wir erstmal zur hutmaus vielleicht noch zur abenteurer gilde wo habe ich meine äh ich glaube der zwerg hat mir die bomben verkauft ich glaube ich gehe zum zwerg meine katze schneicht wie schön ich gehe trotzdem mal zur hutmaus wenn die kleidung hat dann will ich die haben muss ich vor allem alles hier mal abchecken weiß gar nicht wie lange die offen hat vielleicht ist auch schon zu spät wird eigentlich nicht besser wenn ich es gerade mache wartet mal gibt es jetzt auch noch mehr zu was das ist auch noch unbekannt schön nein es gibt neue sachen die ernsthaft da gibt es nichts neues klar hier fehlen ein paar sachen aber auch wurscht es gibt noch mehr fischer ok wegen da ist nicht mehr dazu gekommen mineral habe ich auch schon alle kochen für mich drei sachen fünf sachen hier macht mich fertig muss ich echt mal schauen bis zur nächsten aufnahme was da jetzt alles noch fehlt das finde ich echt zum kurzen aber ich habe ja von allem was aufgehoben das heißt ich kann wahrscheinlich viele sachen schon direkt herstellen halt mein größer problem sind natürlich jetzt fischer an die ich jetzt nicht reinkommen und ich mache es aber so dass ich versuche die erfolge noch zu kriegen wenigstens du hast auch kleidung hier stubs hast du münze gut ich verkaufe müde die koppelmaske ist neu nach kommt bis jetzt play ich bin ein goblin slayer moment das geht interessant das ist ein bisschen lustig ob die leute darauf reagieren wird mich jetzt doch mal interessieren wenn ich zu meiner frau gehe wir haben einen ganzen winterzeit noch ganz ganz viele sachen zu machen kann ich eine miene gehen die mumien töten wer weiß was ich noch alles töten muss so verkaufen wir alles was wir jetzt nicht brauchen wo die brillen habe ich vergessen glaube ich ich bezweifle irgendwie dass sie darauf reagieren abprobieren will ich es auf zur mine so was hast du mir denn mitgebracht äh naja ja ein paar megabomben megabomb ein steinhofen ach warum megabomb 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 sieht aus wie ein schokoladenkuchen megabomb dedede mega bomb ist hier Bomber aah falsche taste aah 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 das reichte dann zu emilies meditation Da könnte man einen Zen-Garten bauen, tatsächlich. Ah. Das ist jetzt dein Tagesgeschenk. Morgen gibt es ein Pfund Gehacktes. Ich mache die besten Geschenke. Ich weiß, was Frauen wollen. So, ich nehme mal noch ein bisschen was hiervon mit, davon mit. Und diese Süße ist oft an allen, haben wir ja auch noch. Ich bezwäckle, dass die mich rausschmeißen werden. Ah, wenn ich jetzt auf Rechtsklick bleibe, versucht er nicht ständig, das zu essen, das ist schön. Na, 17 mal guten Käse. Kann ich nicht verachten. Ich will jetzt unbedingt die Aufnahme noch so weit ein bisschen vorantreiben. Emily, Emily, dein Mann hat sich verwandelt. Okay, ich will schlafen. Von mir aus. Ich packe den Käse noch raus. Damit die magische Fee das mitten in der Nacht anpolen kann. Die waren leer gut. Das ist ja eine besondere. Die bringt Iridium-Erz. Ist die stärker geworden? Schau mal morgen, wie sie darauf reagiert. Wahrscheinlich reagiert sie gar nicht drauf. Ich bräuchte eigentlich hier irgendwo noch eine Kiste. Für irgendwelchen Mist. Hatte ich wahrscheinlich auch irgendwo, aber ich weiß es nicht mehr. Ja... Sammeln und Fischen. 3000 fürs Fischen, also bitte. 63.000